Das ist aber hoch. Das muss ein großer Mann gewesen sein, der das gebaut hat. Den möchte ich gerne kennenlernen. Nein, Kaspar, ein Baumeister braucht nicht so groß sein wie ein Turm. Da gibt es Gerüste. Da führe ich dich heute noch zu einer Baustelle hin. In diesem Turm, hinter diesen Fensterchen dort hast du gewohnt. Erinnerst du dich noch? Das ist nicht möglich, weil der Raum nur ein paar Schritte groß ist. Das verstehe ich immer noch nicht. Wenn ich mich in dem Raum umsehe, dann ist rechts, rechts und links, vor und rückwärts nur Raum. Sehe ich mich aber den Turm an, und ich drehe mich um, dann ist der Turm weg. Also ist der Raum größer wie der Turm. Nein, Kaspar, so geht es nicht. Musst du schon mehr darüber nachdenken? Verstehe ich noch immer nicht. Wie meinst du das?